Schön, dass ihr wieder da seid. Da sind wir wieder beim Medieval Dynasty. So, ich muss jetzt mal kurz gucken. Gut, ich hatte schlafen gegangen. Wir müssen rein theoretisch weiter Füchse jagen und immer bejagen, damit wir an die Jagdschule kommen. Aber wir haben hier auch so noch so einiges an Technologie, die wir freigeschaltet haben in letzter Zeit. Ich guck mal hier, da geht das schneller. Wenn ich hier mal bei Gebäude gucke und dann bei Ressourcen... Ähm, die waren es jetzt nicht. Dann war das bei Häuser. Nein, Speicher auch nicht. Wir haben, glaube ich... Hatten wir nicht hier Fischerhütte, das ist freigeschaltet. Hier, guck mal, Werkstatt haben wir schon gebaut. Da brauchen wir jetzt nicht noch eine von. Aber hier, wir haben die näher reichfrei. Da war noch irgendwas. Ressourcenlager oder sowas. Ich gucke mal bei Ressourcen. Ne, Ressourcen war das nicht. Dann war das Speicher. Hier, Lebensmittellager haben wir und wir haben auch schon das Ressourcenlager frei. Und ich glaube auch eine Fischerhütte. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich meine, die hatten wir freigeschaltet, aber anscheinend nicht. Jagdhütte, da sind wir ja bei. Jagdhütte 2, Fischerhütte, nein. Gut, aber auf jeden Fall. Erstens, was ich sagen wollte, wir haben hier Quest, wie es aussieht. Wir müssen aber so oder so hier hinten hin. Erstens ist es ja unser Angebetete. Wir müssen nochmal flirten. Und wir müssen sowieso in diese Richtung, weil wir ja noch die Tiere brauchen. Wie viele Speere habe ich? Ich bin leicht überladen. Moment, dann laden wir uns gleich nochmal aus. Ich habe nur einen Speer. Äh, Moment. Und wir müssen ja auch, bevor der Winter anfängt, unser Feld wieder vollkriegen. So, den Weizenkorn hatte ich gekriegt. Wofür ist denn eigentlich gut? Eine Nahrungsressource, die roh gegessen und dafür verwendet werden kann, um andere Gerichte zu kochen. Roh gegessen stellt sie eine kleine Menge Nahrung wieder her. Sie kann auf den Feldern gesammelt werden. Alles klar, die brauchen wir also erst später. Die packe ich erstmal in die Kiste. Stöcker nehme ich mal mit. Pelz, das wäre auch etwas für später. Ich glaube, das haben wir von den Füchsen oder so. Leder kann hier auch erstmal rein. Das brauchen wir ja nicht alles mit uns rumschleppen. Die Kohlsamen, die können wir jetzt sowieso nicht anpflanzen, oder? Äh, ich habe Kulsamen angeklickt. Warum zeige ich denn mit Zwiebeln an? Ach hier. Ähm, kann bei der Kohlenente gewonnen werden, ja. Kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet oder im Sommer gesät und im Herbst geerntet. Ja gut, wir haben jetzt Herbst, wir können sie jetzt aktuell nicht anpflanzen. Also auch erst mal rein. Kann das ja nicht vergammeln? Sieht fast aus, ne? So, die Suppe, da werden wir wahrscheinlich einen Teil von verkaufen. Genau wie vom Kohl, weil das hält sich ja auch nicht ewig. Ich glaube, den Kohl werde ich verkaufen. Den nehme ich mal mit ins Dorf. Wir haben noch gebratenes Fleisch, elf Stück. Mache ich daraus noch Suppe? Und den habe ich mir jetzt zum Verkaufen, ne? Die werden wir definitiv auch verkaufen. Ja, ich glaube, ich werde daraus nochmal kurz schnell Suppe machen. Dann haben wir was zum Verkaufen. Nein. Ähm, hier war es nicht. Dann war es so ein Kochtopf. Geht nicht. Haferschleim, Brei, Suppe, Kohlfleisch. Aber wir brauchen rohes Fleisch, alles klar. Gut, dann werde ich das gebratene Fleisch auch verkaufen. So, dann würde ich sagen, wir laufen weiter diese Richtung. Gucken, ob wir unterwegs noch ein paar Tiere finden. Und haben wir da unsere Angebiete und was zum Verkaufen. Und dann gucken wir auch mal, ob wir irgendwas finden, was wir jetzt hier im Herbst anpflanzen können. Ich werde nur unterwegs. Wir sind ja leicht überladen. Dessen hoffe ich mal, dass ich den Kram da wirklich schnell los werde. Ich möchte bloß schnell einen Baum fällen, damit wir uns ein paar Sperre machen können. Weil wir kommen ja nun mit einem Sperr nicht weinend. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns später noch in die Näherei. Okay, die brauchen wir definitiv. Und soweit wir es frei haben, auch die Jagdhütte. Ein Baum müsste da reichen eigentlich. Na, einmal rauf da. Genau. Und nochmal. Das haben wir noch mehr Stöcker. Ich glaube, Stöcker können wir auch ein paar verkaufen. So. Da noch. Zack. Bin ich zwar komplett überladen, aber wir machen daraus herrschen Bärecrafting. Drei Stück könnte ich mir noch machen. Sehr schön. Dann machen wir die Maschine. Dann sind wir zumindest... Das ist das Rundholz wieder los. Das ist, glaube ich, schwerer als die Sperre. Bin mir mir mal nicht ganz sicher. So. Dann gehe ich auch gleich da drauf und latsche in diese Richtung. Die ist richtig. Oh, Mann. Wir sind ja total überladen. Ah. Habe ich denn nichts? Nein, die Frage wollte ich nicht. Was ich essen könnte... Das Fleisch will ich verkaufen. Das Fleisch mit Soße. Weil da sind Gammel und Zweck. So kriegen wir zumindest ein bisschen Geld dafür. Ich würde sagen, ich futter erst mal das gebratene Fleisch. Das haben wir nämlich schon länger. Wiegt aber allerdings weniger. Der Kohl ist so. Und den will ich ja auch verkaufen. Ähm, du solltest das Essen, mein Freund. Essen. So, Essen war F, ne? Gebratenes Fleisch. Alles klar. Gut. Sind wir zumindest voll mit Essen. Wir sind zwar jetzt nicht wirklich leichter, aber... Ähm, ja. Aber wir haben auch sonst nichts im Inventar, was ich großartig weglegen könnte. Nö, das soll ja alles verkauft werden. Ich möchte nachher auch mal ausprobieren. Wir haben ja das Lebensmittellager. Das haben wir ja schon vor ein paar Folgen gebaut. Da vielleicht... Ich weiß nicht, das für eine Kiste sind für mich aus wie eine ganz normale Kiste. Aber vielleicht kann man da ja Fleisch und alles sowas einlagern. Dann haben wir vielleicht mal ein bisschen mehr Platz in unserer Kiste. Oh, guck mal, hier ganzen Pilze hier. Die könnte man auch verkaufen. Hier nehme ich jetzt absichtlich nicht mit, weil wir sind schon so voll. Äh. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Dorf angekommen bin. Es sei denn, ich finde unterwegs Füchse oder Wildschweine. Dann hole ich euch natürlich dazu. Weil die brauchen wir ja noch für die Quest. So, da bin ich wieder. Wir sind eigentlich ganz da, aber ich höre hier irgendwo einen Fuchs. Ich habe ihn bloß noch nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Aber man hört ihn ja. Die quietschen ja so komisch. Ähm. Fuchs, Fuchs. Wo ist er? Ist er das? Ne, das sind Blätter. Okay. Also ich habe hier definitiv einen Fuchs quietschen gehört. Da ist er. Alles klar. Aber wir brauchen ja definitiv noch einen. Ich hoffe, wir kriechen jetzt. Nicht, dass er uns wieder abkommt. Ah. Das ist doch... So war das unterschiedlich. Aber wo ist der zweite Speer? Ähm. Der muss hier da auch hin. Da. Der ist ja 10 Kilometer vorbeigeflogen. Ich glaube, wir werden nie den dritten Fuchs kriegen. Den werden wir nie bekommen. Ich weiß nicht. Die sind zu schwer zu... Das Jagen ist nicht meins. Das wird echt Zeit, dass ich den Bogen kriege. Damit soll es zumindest. Wird einem das so gesagt. Ich bin zu fett. Ich komme nicht durch die Bäume. Leichter sein. Jetzt zeige ich mir so aber auch die Tiere nicht an. Ich weiß nicht, ob man das skillen muss. Ah. Jetzt hat man mal einen Fuchs und ich werfe daneben. Das ist typisch. Ich glaube, mit den anderen beiden Füchsen hatten wir echt einfach nur Glück. Da ist er wieder. So, dann probiere ich das Ganze nochmal. Weil die muss man auch, glaube ich, mehrmals treffen. Jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Gut. Dann brauchen wir ja jetzt nur noch Wildschweine. Das freut mich. Jetzt noch ein Fuchs. Das kannst du nicht mal. Ich will dich nicht mehr. So, das andere Speer weg. Da sind jetzt mehrere Füchsen. Aber Wildschweine waren hier ja auch in der Nähe des Dorfes. Guck mal, da vorne ist schon das Dorf. Das heißt, Wildschweine dürften nicht weit gefährlich sein. Ich hoffe mal, dass wir ein bisschen leichter werden, wenn wir da gleich verkauft haben. Und ich habe vergessen zu baden. Uh, naja gut, wir stinken nur ganz leicht zu drei Prozent. Das ist unser Aftershave. Das werden die Damen gar nicht bemerken. Ah, Wildschweine sehe ich jetzt auf die Schnelle. Nee, aber hier waren welche. Da fehlen uns aber auch noch zwei Stück. Na guck mal, da ist schon eine. Eine Wildsau. Komm mal her. Ich will dich ausschließen. Oh, da sind gleich zwei. Dankeschön. Hier noch eine Wildsau. Da. Nein. Gibt mir mein Speer wieder. Verdammt, ich habe kein Speer mehr. Okay, zumindest geht das mit der Mama. Ah, wie man jetzt das Leben auffüllt, habe ich noch nicht herausgefunden. Aber die Quest wäre soweit fertig, bis auf die Jagdhütte. Oh, ne, da sind ja noch mehr Wildsau. Ich habe kein Speer mehr, ne? Doch, ein. Wieso ist denn der nicht auf der drei? Ich setze da wieder auf. So, aber ich möchte auch gerne die Sau hier vorne noch mitnehmen. Pilze später, dafür bin ich im Moment zu voll. Wo ist denn die andere Sau geblieben? Nein. Ah! Nein, 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 nein. Ich bin jetzt gerade mein Speer zerbrochen. Oh. Oh, verzieh dich. Da ist ja noch eine Wildsau. Nein, 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 nein. Wo ist denn die Wildsau geblieben, die ich hier noch erlebt habe? Aua. Aber ich darf mir nicht mal mein Speer da wegnennen. Die kommt mir ja sofort hinterher. Ist ich jetzt gut? Ah, ich will ja jetzt aber auch nicht die ganze Zeit mit dem Hammer draufkriegeln. Mit der Axt geht auch nicht, ne? Doch, mit der Axt geht. Okay, sehr schön. Oh, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich mein Leben hochkriege. Irgendwie. So, und da vorne war irgendwo die andere Sau, ne? Wo ist sie denn? Da. Ne, doch. Weil hier müsste doch zumindest noch ein Speer drin sein, oder? Ey, 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 ey. Ich meine, jetzt soll ich was von aufpassen. Zumindest gab es hier eine Menge Fleisch und Leider. Ein Bär habe ich auch. Hier ist noch eine Sau. Bleibt bloß weg. So, den packe ich wieder auf die drei. Ich habe nur noch den einsperrt. Bin schon wieder komplett überladen, aber zumindest gab es gut. Leder, Pelz, alles wunderbar. Ah, ich will mal was ausprobieren. Füllt sich das auf, wenn ich was esse? Wir braten das Fleisch. Wir hätten auch noch Suppe. Ich esse aber erst mal das Fleisch. Ich hoffe, das geht. Wir kriegen das Leben wieder hoch. Durch Heilkräuter, oder? Ich gehe erst mal ins Dörfchen. Damit wir nicht mehr so überladen sind. Außen wollen wir noch mit unserer angebührten Gebete flirten. Wir sind zwar halbtot. Wer bist du denn? Wo stehst du denn hier draußen? Hallo, Hübsche. Das ist die Ulrika. Alter 54. Naja. Du bist mir... Oder besser gesagt, von dir kriege ich das sowieso nur zu hören. Du bist mir zu jung. Das ist... Das war doch das Dörfchen hier, ne? Ich glaube, ja. Und ich glaube, die hatte auch irgendwas, was ich im Herbst anpflanzen kann. Oder was war das andere? Ich auch. Die Bulimira war das nicht, ne? Oder doch, das war die Bulimira. Ah, ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Wie ist es in letzter Zeit? Gar nicht. Ich hoffe, es geht dir gut. Oder weißt du, ich mag dich sehr gerne. Das probiere ich mal. Minus ein. Was? Ich denke, wir sollten uns etwas besser kennenlernen. Ah ja, okay. Entschuldigung. Ich brauche etwas Zeit. Ach, nö. Entschuldigung, Bulimira. Aber das kriegen wir wieder hin. Ich komme wieder. Das kriegen wir alles wieder hin. So, wo ist denn die Dame, die hier verkauft hat? Die war hier im Haus, ne? Das ist die Weberin. Die wollte ich nicht. Das ist die Mathilda. Ähm, dann war das hier irgendwo. Ne, die hat doch Schafe oder so. Welche ist im falschen Dorf? Ist hier auch noch eine drüben? Ne, ne? Das war doch nicht nur die Weberin, die das hier hatte. Ne, die haben hier alle nichts. Die Erika? Das war doch Erika, oder nicht? Nein. Die Erika war das nicht. Die Erika ist auch ein bisschen jung. Da drin ist auch niemand. Hinten ist da jemand auf dem Feld. Ja gut, die könnte ich aber fragen. Aber ich glaube, die war das nicht. Weil die ist ja hier mit den Ziegen beschäftigt. Aber hingehen kann man da trotzdem mal. Ach, nö. Ich hätte jetzt echt gedacht. Ja, da ist es. Ah, vielleicht ja doch. Mal gucken. Da, Robert, genau. Zeig mir deine Ware. Dunger Kohlsam. Kohlsam haben wir selber. Und rote Beete? Ähm. Kann im Frühling gesät und im Helmst geerntet werden? Ne, das bringt mir jetzt hässlich wenig. Einen Kohl haben wir ja. Kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet werden? Oder im Sommer gesät und Helmst geerntet werden? Ne, gut, der war es da hinten. Aber verkaufen kann ich hier trotzdem. Fleisch nehme ich mal mit. Aber hier, die auf jeden Fall. Die sind fast abgelaufen. Kriegst du mal. Dankeschön. Ähm. Gebratenes Fleisch. Ah, das behalte ich mal selber. Kohl. Ich weiß nicht, ob ich alles verkaufen soll. Verkauf mal 20. So. Sind wir zumindest nicht mehr überladen. Suppen habe ich auch so viele. Davon verkaufe ich mal sechs. Weil das gammelt uns sonst weg. Sehr schön. Sind wir auch schon wieder bei 156. Lederpelz. Ich meine, wir haben so viel Leder. Aber das... Ich weiß, wer weiß, wofür wir das brauchen. Ich brauche auch nicht so viele Stocker, ehrlich gesagt. Obwohl, wenn ich noch die anderen Gebäude bauen will, wahrscheinlich schon. Das Fleisch und so, das kommt bei mir alles noch in die Kiste. Ja, zumindest etwas Geld gemacht. So. Und du verkaufst nichts, ne? Das ist nur noch Darko mit selber. Alles klar. Was fehlt uns denn noch, um die Jagdhütte hier zu kriegen? Ah, die war hier, ne? Vier gekaufte Pläne. Ja, ich kann es aber noch nicht kaufen, weil... Jetzt wird es gehen, oder wie? Muss ich echt die vier Pläne kaufen? Nö. Ich habe aber auch noch nicht die 50 Punkte. Ich brauche 43 Punkte, habe ich. Ich muss so oder so noch jagen gehen. Hier, gib mir mal kurz den Baum, mein Freund. Muss aber auch tierisch aufpassen, weil... Ich weiß nicht genau, wie ich mein Leben wieder hochkriege. Weil die Heilkräuter helfen auch soweit, ich weiß, nur gegen Vergiftung. Oder? Das muss ich auch noch herausfinden, wie man sich wieder heilt. So, du kommst mit. War da noch einer? Naja, zumindest zwei Sperre kann ich machen. Nein, 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 nein. Abbrechen. Ich hatte mir viel geklickt, denn so. Wollte hier. Jaja, zwei kann ich machen. Gut. Äh, da, 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 da. Du trägst zu viel. Ja, das war klar. So, jetzt aber nicht mehr. Drei wollte ich haben. So, dann müsste ich doch jetzt rein theoretisch. Hier können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Unsere Angebete, der will nicht. Wir müssen die Häuser weiterbauen. Wir müssen da oben noch hin. Und wir müssen aber auch unbedingt... Gut, der Herbst hat erst angefangen, aber es muss doch noch irgendwas geben. Was wir jetzt anpflanzen können. Ich weiß nicht, ist das still, wenn ich hier die Pilze mitnehme? Wahrscheinlich nicht, ne? So, ich werde jetzt... Na, obwohl ich eigentlich schon so extrem viel Fleisch habe, erstmal nicht jagen. Obwohl... Na doch, eigentlich müsste ich jagen. Sonst kriege ich die Jagdhütte nicht frei. Aber ansonsten... Ich sehe jetzt aber auch gerade nichts auf der Stelle. Aber jetzt müssen wir ja nicht unten den Füchse jagen. Zumindest können wir uns mal wieder bewegen. Würde so gerne den Bogen haben. Aber ich glaube, dafür brauche ich erstmal die Jagdhütte, um überhaupt den Bogen freizuschalten. Aber ich sehe hier gerade aktuell auch kein Tier. Ne. Ich meine, ich mag das ja hier im Wald. Das ist eine schöne Landschaft. Den Späer, den ich hier in der Hand habe, der hält auch nicht mehr lange. Und was hier für Pilze sind? Die kann man doch bestimmt zu Geld machen. Ich meine, Geld braucht man in der ganzen Ecke. Wir müssen schließlich Samen einkaufen. Kann man die auch selber essen oder muss man die erst zubereiten? Fliegenpilz bestimmt nicht. 100% Vergiftungsgefahr, dachte ich mir. Und der andere Pilz? Riesenschirmpilz? Ein Lebensmittel. Frische 100%. Naja gut. Die Pilze sind zum Glück nicht gerade schwer. Aber essen sollten wir den Fliegenpilz definitiv nicht. Aber verkaufen wäre er noch vielleicht ganz gut. Tiere sehe ich hier sowieso nicht. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, alles hier in Fähigkeiten und Technologie kriegt man hoch, indem man Aktivitäten nachgeht. So. Hier haben wir ja auch schon zwei oben drin. Gut, dann machen wir den dritten auch noch rein. Dann haben wir zumindest das fertig. Und dann müsste ich es sowieso hier unten machen. Oder bin ich jetzt aus Stufe 2, 3? Wahrscheinlich nicht, ne? 10% mehr Gesundheit, Wasserstufe 2 kommen, würde mich schon reizen. Da ist ein Tier, aber das kriegt ich doch im Leben nicht. So, mit den Hirschen habe ich es ja nicht so. Na, das meine ich doch. Der ist auch kaputt, ne? Ja. Mal getroffen habe ich ihn aber. Der rennt definitiv mit meinem Speer im Arsch rum. Na, komm her. Ich sehe das zwar so, dass das muss der Hirschen sein. Aber ich sehe den Hirschen selber nicht. Das ist ja natürlich auch blöd. Wie soll ich ihn denn treffen, wenn ich ihn nicht sehe? Da steht er. Alles klar. Alter, der lebt immer noch. Ich habe aber auch keinen Speer mehr. Das ist echt so übertrieben, finde ich. Die starken Tiere, die kippen sofort um. Aber diese komischen Hirsche? Die Milch. Gebt mir doch mal meine Speere wieder. Der dürfte aber eigentlich auch nicht mehr einzuschneiden können. Weil, der ja nicht so schwer verletzt ist. Ich kriege ihn aber nicht. Komm aber auch nicht an meine Speere ran. Komm her. Ne, so kriege ich nicht. Aber ich kriege auch meine Speere nicht, ne? Ah, ist ein Stock. Ich wollte die Speer haben. Ah, ich habe mein Speer gekriegt, oder? Ich glaube, ich habe ihn gekriegt. Jo, einen einzigen habe ich noch. Gut, dann setze ich den mal wieder auf die drei. Und du bist das, mein Freund. Du bist das. Ich kriege dich, du entkommst mir nicht. Und wenn ich dich so lange jagen muss, bis du die Luft ausgehst. Du entkommst mir nicht. Du bist schon schwer verletzt. Echt jetzt? Der lebt immer noch? Obwohl die ihn getroffen haben? Da kann der kaum noch laufen. Ich kriege ihn. Oh, er strengt wohl sehr doll an. Ja, jedoch. Endlich. Bock. Ich habe ihn zu Tode geboxt. Okay. Ist wahrscheinlich nicht so gedacht, aber es geht. Und jetzt habe ich wahrscheinlich... Nee, Fähigkeiten habe ich gekriegt. Okay. Fähigkeiten, die hier hakt. Da habe ich ja noch gar nichts drin. Okay. Denn defini... Oder hier? Bogen, Arm, Brust, Speer wird 10% ruhiger gehalten. Oder Bogenschütze? Pfeile, Bolzen haben 10% geringere Chance zu brechen. Ah, dann nehme ich auch erst mal das hier, dass mehr Skillpunkte rauskommen. So. Den habe ich echt immer noch nicht frei? Ich bin bei 46 von mir gucken. Ist das euer Ernst? Vor allem, um nach Hause zu kommen, müsste ich in diese Richtung. Echt jetzt? Okay, müssen wir mal kurz neue Sperre machen. Aber ich hasse es, diese Rehe oder Hische zu jagen. Die rennen da immer wieder durch die Gegend. Vor allem, die halten auch so viel aus. So. Denn einmal hier. Na, haut er da durch. Was? Bitte sehr. Na, was ist denn das für ein Baum? Alter. Jetzt. So, du nochmal mit. Und du, aus diesen Becken kommt echt nur zwei, ne? Aber gut, das reicht für Sperre, Crafting, Sperre. Na gut, zwei sind jetzt nicht viel. Aber besser als keiner. Nicht, dass es uns noch eine Wildsäubern wie ich läuft oder so. Hölzerner Sperre. Diese Zertüge greift wieder auf die drei. So. Weil die scheint es auch schon wieder nachts zu werden. Der Tag ist schon wieder rum und nichts geschafft. Aber gar nichts. So, nach Hause geht es in diese Richtung. Ah, dann muss ich aber am nächsten Tag unbedingt... ...wirklich unbedingt ins andere Dorf. Ich muss was aus dem Feld kriegen. Und wenn wir es aussehen, müssen wir noch ein, zwei Tiere jagen. Ich weiß mich nicht, ob die Hasenfalle dazu zählt zu jagen. Aber wahrscheinlich nicht. Aber ich stratze jetzt erstmal nach Hause. Sonst ist es nämlich hier gleich stockfinster. Und überladen sind wir auch schon wieder leicht. Ah, in diese Richtung müssen wir da hinkommen. Eigentlich müssen wir unser Haus auch schon sehen, aber... Ich sehe nichts. Vielleicht habe ich auch schon zu viele Pilze mitgekommen. Die Pilze will ich nur verkaufen. Weil Geld kann man nie genug haben. Auf jeden Fall haben wir Durst. Kann man eigentlich aus diesem Waschzau da trinken? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich sehe mein Haus, aber das ist eigentlich noch ein ganz schöner Stück. Rennen kann ich jedenfalls nicht. Das heißt, ich habe zu viel Fleisch und Pilze einstecken. Äh, aber ich komme genau für unser Haus zu. Ich glaube, Karte zumindest. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Es ist mittlerweile sehr, sehr dunkel. Nehmen wir die Farbe in der Hand. Ich fahre mal kurz am Flüsschen trinken. Vielleicht filmen wir die Energie auch wieder auf, wenn wir schlafen gehen oder so. Das weiß ich nicht. Ähm, ich lege mich jetzt einmal kurz schlafen. So, damit wir wieder was sehen. Zack. Und dann werde ich mal kurz gucken. Äh, das Fleisch. Das gebratene Fleisch. Kohl, okay. Ich packe erstmal alles an Essen drüben ins Lebensmittelhaus, würde ich sagen. Die Pilze nehme ich gerne mit. Die will ich verkaufen. Die Suppen will ich zum Essen. Das ist was? 50% Vergiftungsgefahr. Eine Nahrungsressource, die hochverzelt werden kann. Sie kann Vergiftung verursachen oder eine kleine Menge an Nahrung wiederherstellen. Ah, das verkaufe ich doch auch lieber. Hier, da sind Lederkannen hier rein. Zack. Der Pelz ebenfalls. Wir sind halt leicht überladen. Stöcke haben wir auch schon so viele. Da werde ich ein paar von verkaufen. Das wird verkauft. Die Suppe ist für uns. Der wird verkauft. Der Kohl kommt gleich in die andere Kiste. Das gebratene Fleisch ist auch für uns. Der wird verkauft. Das kommt in die andere Kiste. Weil wir haben ja das Lebensmittellager. Wo hatte ich denn das gebaut? Auf der Seite. Aber hier ist auch noch was. Zählt aber nicht zur Jagd dazu, oder? Technologie. Ah, 47. Ich glaube nicht. So, das hier war doch das Lebensmittellager. Ne, das ist die Werkstatt. Das hier ist das Lebensmittellager. Nicht hier Fleisch und so in die Kiste packen? Ähm, also Sachen, was wir im Moment jetzt nicht so dringend brauchen. Aber im Moment haben wir ja genug zu essen. Hier, die 27 Fleisch können hier erstmal rein. Das soll verkauft werden. Das will ich ja eh essen. Der Kohl soll hier rein. Zack. Die Suppe ist auch für uns. Das soll verkauft werden. Jetzt habe ich ja immer noch ein Leder. Ah, aus der Hasenfalle, ne? Gut, den einen Leder verkaufe ich jetzt. Scheiß drauf. Der Rest soll verkauft werden. Aber zumindest sind wir jetzt nicht mehr überladen. Das heißt, wir können uns zu der Vollung ganz bewegen. Und wir müssen leider jetzt mal hier ins Dorf. Da haben wir ja gerade geguckt. Unsere Angebetene können wir zwar jetzt wieder anflirten. Aber jetzt gehen wir erstmal in diese Richtung. Weil wir ganz dringend Samen brauchen vor unserer Feld. Ich nehme mal sicher als halber die GB in die Hand. Wer weiß, was uns hier entgegenkriegt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir gleich in der Nähe des Dorfes sind. Es sei denn, uns begegnet ein wildes Tier. Dann hole ich euch natürlich dazu. Also, bis gleich. So, wir sind fast da. Da vorne ist das Dörfchen. Leider ist mir unterwegs nichts begegnet. Aber was mir aufgefallen ist, ein bisschen unseres Lebens hat sich wieder aufgefüllt. Passiert wahrscheinlich durch Schlafen, wie es aussieht. Aber nicht komplett, sondern Stück für Stück. Wir haben hier aber auch jede Menge Quess. Was ich jetzt nochmal gucken wollte, wir müssen was essen. Ich glaube, ich futte erstmal unser gebratenes Fleisch weg. So, das haben wir jetzt weg. Ah, wieso ist da ein bisschen Leben runtergegangen? Keine Ahnung, das Fleisch war dann auch gut. So, aber hier hätten wir doch vielleicht auch eine Dame oder so. Wie viele Burger? Ich glaube, mit dir hatten wir schon. Ja, sie hat mich angeblubbert. Ich wäre zu jung. Gut. Jetzt ist nur die Frage. Wer war das hier mit den Samen? War sie das hier? Nee, ne? Oder? Mal gucken. Doch, das war doch die Adelina. Zeig mir mal deine Ware. Karotten. Kann im Frühling gesät und im Herbst geerntet. Oder im Winter gesät und im Sommer geerntet. Naja. Und Rockenkorn? Kann im Herbst gesät und im Frühling geerntet werden. Okay, das könnten wir rein theoretisch machen. Wir haben ja noch ein bisschen Essen auf Vorrat in der Kiste. So wäre es nicht. Da könnten wir mal mit über den Winter kommen. Ich glaube, ich werde den Rocken nehmen. Oder Weizen? Kann im Frühling gesät und im Herbst gesät oder im Sommer geerntet werden. Da braucht er noch länger. Nee, ich glaube, ich nehme den Rocken. Dann haben wir zumindest was für den Frühling. Ja, den nehme ich. Wie viele könnte ich denn kaufen? 15. Ja gut, dann nehme ich die 15 mit. Zack. Ich habe ja noch ein bisschen was zum Verkaufen. Hier, du kriegst den Fliegenpilz. Die 15 kannst du gerne haben. Den kriege ich zumindest wieder Geld rein. So, hier, den kannst du haben. Auch wenn es jetzt nicht viel ist. Den ein Leder von mir ist auch. Rocken habe ich ja gerade erst gekauft. Und ich verkaufe mal ein paar Stücke. Jetzt nicht alle, aber so an die 30 Stück würde ich sagen. So, dann bin ich ja wieder bei 70 Münzen. Sehr schön. Dann sage ich mal auf Wiedersehen. Und ich werde trotzdem nicht drumherum kommen, ein wildes Tier noch zu erliegen. Dünger müsste ich eigentlich noch genug haben. Für Tiere habe ich eh noch keine Stelle. Und ansonsten, ich gucke nochmal kurz ins Journal, was wir so Quest-mäßig haben. Das Jagen machen wir ja gerade. Vor allen Dingen allein schon, weil es 100-Dynastie-Revotation gibt. Unigors-Geschichte, Sprich mit Sambor, stimmt. Die haben wir auch noch. Und Alvin muss ich sowieso bis nächstes Jahr im Sommer warten. Alles klar. Dann kümmere ich mich jetzt ums Feld anpflanzen, weil hier ist ja niemand, den wir anflirten können. Wir können auch noch keinen zu uns holen. Da fehlen uns die Revotationspunkte. Aber warte mal, bevor ich jetzt wieder nach Hause gehe, damit wir nicht ganz umsonst hier sind, wir haben hier doch noch Quest. Moment, hier drinnen in der Bude, wie es aussieht. Jupp. Wer ist die Quest? Du, Subimir? Subimir verkauft auch, was? Ah, Eierfleischdünger. Das ist der Stallbursch. Okay. Kann ich dir bei was helfen? Der Winter steht vor der Tür. Wir haben keine Lebensmittel eingelagert. Der letzte Sturm hat unseren Anbau zerstört. Kannst du uns bitte etwas Getreide bringen? Ich habe selber kein Getreide, Junge. Tut mir leid. Da kann ich dir jetzt nicht helfen. Sie ist es nicht. Aber hier ist noch jemand anderes. Was war er hier? Aber da ist noch jemand. Mit Getreide kann ich mir jetzt echt nicht helfen. Ich habe kein Getreide. Eher? Der Ferdinand? Jo. Ja, ich brauche Hilfe. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht gut. Glaube, dass ich vielleicht etwas zugrunde gehen könnte. Würdest du mir ein paar Pilze oder Kräuter bringen, damit ich einen Eintopf meiner Familie zur Heilung machen kann? Ja, ähm, da kommst du jetzt mit an, wenn ich den Pilze verkaufe habe. Du bist ja... Mal kurz gucken. Behandlung von Pilzen. 30 Dynastiereputationen und 25 überleben. Oh, ein wolliger, echter Reizherr und dreimal Röhrenpilz. Super. Ah, habe ich gerade alles verkauft. Das ist das. Oh Mann, wenn man so voreilig ist. Aber vielleicht finde ich ja noch ein paar auf dem Weg. Hier vorne habe ich ja gerade gar nicht kurz alle geflüpft. Das war ja da hinten eher bei dem anderen Dorf. Vielleicht finde ich hier vorne eher was. Gucken, schadet jedenfalls nicht. Dabei wollte ich doch das Feld machen. Aber wir haben notfalls noch einen Tag. Wir müssen ja auch mal so ein bisschen arbeiten. Wir müssen ja auch bei den Dorfbewonnen einschleimen. Sonst kommen wir da ja auch nicht weiter. Ich glaube, die waren eher im Wald, die Pilze. Zurückkaufen würde auch nicht gehen, weil dafür haben wir gar nicht mehr das Geld. Pilze waren, glaube ich, eher im Wald. Oh, warte, 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 warte. Fliegenpilz. Na, Fliegenpilz will er ja nicht haben. Er will Röhrenpilze und diesen komischen anderen Dings von Star. Hier sind, das sind, glaube ich, diese Röhrenpilze, oder? Das war ein... Das ist ein Röhrenpelz, okay. Das ist ein Riesenschimmelpilz. Und hier ist noch ein Röhrenpilz, den ich mir nicht täusche. Ich muss noch mal kurz in die Quest gucken. Die kann ich mir ja mal kurz einstellen. Journal. Behandlung von Pilzen. Ich jetzt F drücke. So. Drei Röhrenpilze braucht er sogar. Zwei habe ich. Hier sind diese komischen... Was ist das für einer? Ein bitterer Röhrenpilz. Okay, der zählt hier anscheinend nicht zu. Das ist ein... Edelreizkehr. Okay. Er braucht aber einen wolligen Reizkehr. Das ist wieder so ein Edeldingsmus. Das wahrscheinlich auch. Ja. Die bringen mir jetzt herzlich wenig. Das ist wahrscheinlich wieder so ein komischer... Ja, Riesenschirmpilz. Weil hier stehen einige Pilze rum. Aber was davon jetzt die richtigen sind... Das ist glaube ich wieder so einer, ne? Ja. Die Röhrenpilze hätte ich. Muss ich bloß noch so einen wolligen, echten Reizkehr finden? Das sind alles diese Riesenschirmpilze, ne? Das ist bestimmt wieder so ein Röhrenpilz, oder? Ja. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie diese echte Reizkehr da aussieht. Das ist das Problem. Den finde ich ja so auch jetzt nicht auf die Schnelle. Muss da unbedingt mal Skillpunkte reinmachen. Er zeigt mir so ja nichts an. Keine Pflanzen, kein nichts. Kann man das denn überhaupt irgendwie? Fähigkeiten? Das hat ja was mit Sammeln zu tun hier, ne? Landwirtschaft, Geduld. 50% langsamer Halterung von Tierhaltungswerkzeugen. Langsamer, das ist das nicht, ne? Landwirtschaftliches Wissen. Das ist eine gute Frage. Ist es entweder das hier, aber wahrscheinlich nicht. Kenntnisse in der Gewinnung. Holzfällerberg, aber da... Ruhige Harnbogen. Das ist es. Es muss das hier sein. Ja, ich wüsste jetzt aber auch nicht was. Eis an der Leber. Unanfindlichkeit in Arbeit. Überlebenskenntnisse. Ich weiß es nicht. Ich habe es schon beim guten Roucher gesehen, dass wenn er die Eiltasse drückt, die er so angezeigt kriegt, wo was ist. Macht er bei mir nicht. Das ist ein Fliegenpilz, oder? Ich weiß jetzt aber leider nicht auf die Schnelle, was der Gute da geskillt hat. Das sind diese komischen... Ja, ja, das sind die riesigen Schirmpilze. Das sind Steine. Steine konnte ich mal mitnehmen. Davon habe ich nicht mehr viele. Das ist jetzt natürlich eine Kunst, den richtigen Pilz hier zu finden. Aber wenn ich jetzt noch mehr Steine mitnehme, bin ich näher wieder zu schwer. Stein, Stein. Und das sind wieder diese komischen anderen, ne? Ja, Edelreizkehr. Edelreizkehr. Das ist wie diese Riesenschirmpilze. Naja, das dürften hier alles Edelreizkehr sein. Ich meine, kann man alle verkaufen, aber trotzdem hätte ich gerne... Oder es ist Glückssache, dass so einer da rauskommt aus diesen Dingern. Ups, ich wollte den da. Ich weiß es nicht. Das sind alles Riesenschirmpilze. Vor allem, das will ich mal ausprobieren. Das ist echt die Johanneskraut. Da... Achso, das ist gegen Vergiftung. Okay, das brauche ich jetzt nicht. Das nimmt nur Platz weg. Das ist ein ganz normaler Fliegenpilz. Naja. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Das ist das ganze Problem. Dürfte auch ein Fliegenpilz sein. Das sind alles Riesenschirmpilze. Wo kann ich den denn jetzt her? Wolliger, echter Reizbär. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich einen davon hatte und ich Depp habe ihn verkauft. Ich glaube, ich gehe einmal kurz zum Dorf zurück, wenn ich Glück habe. Hier ist noch einer. Das ist ein bitterer Röhrenpilz. Ich glaube, der sieht aus wie die normalen Reizkehrdinger da. Das ist bloß reine Glückssache, so einen zu kriegen. Ich habe die Hoffnung, dass ich mir vielleicht den einen Pilz zurückkaufen kann. Ich weiß es aber nicht. Ah, es ist jetzt gerade sehr äckerlich. Ah, da vorne ist ja noch das Dorf. Vielleicht klappt das ja. Abwarten, abwarten, abwarten. Ich will hier die Felge auch ein bisschen machen. Der Tag ist schon wieder halb rum. So, verkauft habe ich das Ganze an die Adelina. Oh, hier sitzen wir mal. Das war die alte, ne? Matsubora. Milburger ist aber auch so alt. Okay. Ah, das sind alles neue Leute hier. Okay. Die sitzen, glaube ich, immer am Feuer, ne? Die Adelina, war die nicht hier bei der Olga? Ja, da ist sie doch. Adelina, darf ich mir das zurückkaufen? Ah, sie hat den zumindest noch. Für vier, okay, das kriege ich noch hin. So, danke schön. Dafür verkaufe ich dir aber hier die anderen Pilze. Na, mache ich gleich. Erst gebe ich die Quest ab. Sonst verkaufe ich wieder die falschen. Sonst verkaufe ich wieder die falschen. So, da ist die. Na, lass mich doch mal durch. Bist du eigentlich hübscher. Filiberta. Alter 21. Möchte dir etwas sagen? Ich bin verheiratet. Okay. Tschüss. So, das war's. Tu mich hier, ne? Tu da, ne? Der Ferdinand. Hier sind die Geschenke des Waldes. Bitteschön. Ah, danke. Hier ist eine kleine Belohnung für dich. Ja, ich hab die Jagdhütte freigeschaltet. So, mit Sambora spreche ich später. Das ist jetzt aber auch, glaube ich, die einzige Quest, die wir aktuell noch haben, ne? Äh, die Jagdhütte. Die war hier, ne? Genau, sie ist jetzt frei. Sehr schön. Und jetzt müsste ich hier auch die Pläne kaufen können. Bogen und so weiter und so fort. Gut, ich hab jetzt gerade nicht mehr so Geld dafür. Aber ich will noch einmal zu Adelina. Ja, oh, die Rosalinde. Und das ist wirklich, wie, glaube ich, Voucher vermutet. Da hat er verdammt recht. Das vermute ich nämlich auch jetzt schon. Dass die, die fest im Dorf gehören, nicht gehen. Die sind alle feierabend. Zeig mir deine Ware. So, du kannst die hier haben. Zack. Du kannst die da haben. Du kannst die Fliegenpilze haben. Du kannst Riesenschimmelpilze haben. Du kannst den Röhrenpilz haben. Die Suppe nicht. Rockenkorn brauche ich noch. Die Steine auch. Okay. Sehr schön. Geldmäßig haben wir hier zu viel. Zeig mir deine Ware. 107. Da siehst du mal. Das ist doch schon mal was. Das ist jetzt nicht allzu viel. Aber ein bisschen. Gut. Da zeig ich mir hier sogar noch eine Quest an. Ach, die da vorne. Das ist der, der Getreide haben. Da Getreide haben wir ja nicht. So, dann gehe ich noch kurz ins Wasser. Wird ein Schlückchen trinken. Es noch eine kleine. Ich kann gut da vorne. Ist auch noch ein Dorf. Water. Gut. Erst noch eine Kleinigkeit. Jetzt kriegt er aber richtig Hunger, der Gute. Ja, das reicht erst mal. Der Tag ist ja auch neu. Der Tag ist ja nicht ganz rum, aber halb rum. Ich werde jetzt nach Hause laufen. Gemütlich. Und ich sage, wir sehen uns denn morgen wieder. Da machen wir definitiv als erstes erstmal das Feld. Weil wir haben doch schon fast den nächsten Tag. Damit wir zumindest im Frühling was haben. Über Winter kann man anscheinend nichts ernten oder so. Klingt aber einleuchtend. Aber wir haben hier ein bisschen was auf Vorrat. Da sollten wir über den Winter kommen. Und dann kümmern wir uns auch darum, die Jagdhütte und die Näherei zu bauen. Ich bedanke mich für immer natürlich fürs Zuschauen. Danke und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.